In den Matten sitzen und abräumen, langsam zur Decke hochziehen. Das Kinn ist eingezogen, die Fersen, drei, ein Knie diagonal halten. Das Gesäß ist gerade hoch und zu decken. Und dann kürzlich hier die Kalle. Sie zu decken. Seit hoch. Die Arme sind streckend hoch und zu decken. In der Fersen, die oberen Rücken, die Arme halten. Einen. Gestreckte Arme schnell. Die oberen Rücken, die Haare halten. Nehmen ein Arm zur Seite.